Was für ein aufregender Tag! Richtig überraschen sollte uns das eigentlich nicht, denn es ist klar, es ist der erste Freitag im Monat und das ist legendär derjenige, an dem die US-Arbeitsmarktdaten auf den Tisch kommen. Das ist nicht immer die super spannendste Zeit, aber in den letzten vielen Monaten waren viele Augen auf die Arbeitslosigkeit gerichtet, auf die Zahlen, die da eben veröffentlicht werden. Das ist sehr, sehr typisch, also das sollte man immer vor Augen haben, dass diese Zahlen auf dem Tisch sind, immer 14.30 Uhr am ersten Freitag im Monat, es sei denn, es ist der erste Tag des Monats, dann verschiebt sich das, meine ich, um eine Woche. Aber das ist also mal als wichtiger Hinweis, heute hatten wir die Zahlen, es wurde ja tausendfach angekündigt, wir haben ja auch darüber gesprochen, insofern nichts wirklich ganz Außergewöhnliches. Der DAX, der hatte heute Morgen schon ganz gut angefangen mit einem tollen Anstieg, da kann man eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen, es ist halt das klassische Bild, das sich halt hier einmal mehr wieder bestätigt hat. Im 15-Minuten-Chart kann man sehen, die Schubrichtung, die ABC gegen Bewegung, die Fortsetzung. Wir sehen, dass wir diese ABC jetzt fertig haben und dementsprechend eigentlich das Türchen ganz weit offen ist auf neue Hochs, das nächste vielleicht Richtung 15.700 in etwa. Also das als Idee, das bitte jetzt nicht buchstäblich nehmen, dahin trifft er auf jeden Fall und dann dreht er, das wissen wir natürlich auch nicht, aber das wären so typische Ausmaße, typische Bewegungsrichtung. Der amerikanische Markt ebenfalls jetzt zumindest mal ganz gut unterwegs. Wir hatten ja eine ordentliche Wackelei, wir können ja mal einen Blick draufwerfen auf die Zahlen. Was war das, was veröffentlicht wurde? Es war natürlich die Arbeitslosenquote, das ist aber gar nicht so sehr der Fokus. Das Eigentliche sind die sogenannten Non-Farm-Payrolls, die Beschäftigten, die neuen Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Und da gab es eine deutliche Überraschung. Nämlich erwartet wurde ungefähr eine Million, teilweise sogar deutlich mehr als eine Million neue Arbeitsplätze. Es wird ja wohl händeringend gesucht und es sind aber deutlich, 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 deutlich weniger offensichtlich, die hier neue Arbeit gefunden haben. Der eine wird das jetzt interpretieren als, siehst du, da ist noch Schwierigkeiten, die Notenbanken müssen noch Gas geben. Andere sehen darin eine Inflationsgefahr im Sinne von, oh, so wenig neue Arbeitsplätze. Man hört aber doch, dass viele, viele Unternehmen jetzt mehr dafür tun wollen, tun müssen, damit Leute in Beschäftigung kommen. Das heißt, die Lohnkosten werden steigen. Das wird sich früher oder später definitiv auf der Portemonnaie-Seite auswirken, was die Waren angeht. Sprich, die Inflation kommt vielleicht auf die Straße. Weg von den Märkten, rauf auf die Straße und dann kann es tatsächlich spannend und, ich sage jetzt mal vorsichtig, gefährlich werden. Ich habe ja noch kann gesagt, ich habe sowieso keine Ahnung. Wir werden sehen, aber es ist zumindest eine Gefahr, die der Markt im Moment noch vor sich hat. Also, deutliche Überraschung hier. Kein Wunder, dass das deutlich für Bewegung auch gesorgt hat. Wir haben hier den Nasdaq, der jetzt ja ebenfalls nach dem Schub, den wir hier gesehen haben, im Minutenschart heftig nach oben, so ein bisschen wackelig runter. Mal gucken, ob das jetzt tatsächlich dafür sorgt, dass der Kurs jetzt tatsächlich auch nach oben sich weiter fortsetzt. Das war ja eine Überlegung, das analog mehr oder weniger zu der DAX-Überlegung, obwohl es hier natürlich um die Wachstumstitel geht und der Kurs hier tatsächlich vielleicht nochmal die nächste Zone angeht. Analog zum DAX ist das hier die 14.500er-Marke. Auch die ist jetzt bitte nicht jetzt die heilige Marke, bis dahin auf jeden Fall. Aber das sind so Orientierungspunkte. Wenn man schon nicht viel weiß, irgendwo muss man sich festhangeln, viele sagen dann, solange das passiert, ist erstmal alles gut, dann gucken wir mal. Und wir wissen, wie das ist. Wenn jemand mal guckt, dann ist er weniger aktiv und dann kann sich die Meinung wieder ändern, ob das hier an den Marken tatsächlich passiert. Das müssen wir abwarten, aber das wäre zumindest mal nicht so absonderlich. Ein kurzer Blick auf die anderen Indizes der S&P 500. Ebenfalls tapfer auf dem Weg nach oben mit dabei. Also die einhellige Richtung ist aktuell. Der Himmel ist die Begrenzung. The sky is the limit, wie man es auch immer sagen will. Er mag offensichtlich jetzt in dieser Korrektur fertig die Seitwärtskorrektur. Ab jetzt geht es dann entsprechend der Richtung weiter. Ja, kaufen, 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 kaufen. Kann man da eigentlich nur sagen, vorsichtig, nicht ganz so begeistert sein, vor allem nicht zu jedem x-beliebigen Preis kaufen. Im Zweifelsfall immer mal solche Rücksätze. Und wenn es nur so ein Rücksetzer, aber irgendwas abwarten als Kleines, im Großen, wie auch immer, damit man auch ein bisschen eine, sagen wir mal Absicherung, ein bisschen eine Stop-Überlegung damit reinnehmen kann. Einfach damit man auch Risiken berechnen kann. Jetzt einfach auf der höchsten Stelle hier kaufen und dann sagen, wow, wird schon gut gehen. Klingt so ein bisschen Autobahn, Tempo 200, Nebelbank, egal. War vorhin geradeaus, wird auch jetzt geradeaus sein und Autos gibt es hier eh keine. Also für mich klingt das nicht ganz so sexy. Dementsprechend, wer jetzt kauft, ist ja kein Thema, ist ja alles gut. Aber dann bitte immer über eine Absicherung nachdenken. Sprich, von mir aus ein Stopp. Klar wird man manchmal blöd ausgestoppt, aber man überlebt das ganze Szenario, wenn es dann doch mal hässlich wird. Denn wir haben es ja mehrfach jetzt gehört, mehrfach angesprochen, dass die Risiken immer noch da sind. Aber solange der Markt läuft, muss man ihn entsprechend auch mitnehmen und deshalb die Ausrichtung nach oben. Abschließend noch ganz kurz zu unserem Trade des Tages, nämlich die Idee beim Euro gegen US-Dollar. Ich glaube, ich habe das hier irgendwo schon mal noch drin in der Zeichnung. Ne, auch nicht mehr. Denn das Thema ist im Prinzip schon durch. Einige konnten es mitmachen, einige nicht. Das Problem bei solchen heftigen Bewegungen ist natürlich, dass die Bewegung so schnell ist, dass man häufig hier nicht da mit dabei ist. Dann nicht traurig sein. Das kann natürlich passieren. Gerade so um die Termine ist das regelmäßig. Da kriegen wir auch nicht immer die Stücke, die wir gerne hätten. Manchmal gibt es auch dann nur einen Teil, den man dann noch gerade kriegt. Je nachdem, wie halt die Geschwindigkeit ist, wie die Ordereinstellung ist entsprechend. Aber es ist zumindest dieses klassische Bild, dass wenn dieser Ausbruch da eben in so eine Situation kommt, dann sehr gerne eben auch ein schneller Schub ist. Das war jetzt heute quasi mit Ansage. Wer das jetzt verpasst hat, macht euch nicht verrückt. Ich werde immer wieder Trades vorstellen und manche davon werden auch ein bisschen langsamer sein. Ich konnte mir das natürlich nicht anders wünschen. Ich konnte ja nicht sagen, lass das mal ganz langsam kommen dem Markt. Wer also jetzt das nutzen konnte und richtig voll mit dabei war, dem sei es gegönnt. Wer auch nur eine Teilausführung hatte, immerhin. Und wer diesmal eben dann nicht mit dabei sein konnte, weil es einfach zu schnell war, die Bewegung. Dann halt beim nächsten Mal. Es wird nicht die letzte Chance sein. So, in diesem Sinne kann ich eigentlich nur sagen, ein wunderschönes Wochenende. Genießt noch so die letzten Handelszüge dieser Woche. Und anschließend genießt das Wochenende. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin euch alles Gute und liebe Grüße.